Forschung zeigt, dass ein von sieben Menschen in der Welt übergewichtig ist. Das bäunruhigendste ist, dass diese Zahl jedes Jahr erhöht wird. Viel mehr als eine ästhetische Frage, zu wissen, dass Sie Ihren Körper mit überschüssigem Fett kompromittieren, ist etwas wirklich beängstigend. Was, wenn ich sagte, dass Sie Gewicht verlieren können, indem Sie etwas Leckeres kauen? Wenn Sie zu diesem Video gekommen sind, ist es, weil Sie nach mehr Informationen über die Ergänzung Bioxtrem Premium Gummis suchen. Seien Sie vorsichtig! Mit der hohen Nachfrage nach dieser Ergänzung, viele Hersteller, Apotheken und Websites verkaufen es falsch. Sie können Bioxtrem Premium Gummis sogar auf Amazon- oder Facebook-Seiten finden, aber das Originalprodukt wird nur auf der offiziellen Website verkauft. Bioxtrem ist ein Nahrungsergänzungsmittel, das entwickelt wurde, um das Risiko von Nebenwirkungen im Zusammenhang mit Fettleibigkeit zu reduzieren. Viele Menschen gehen Risiken mit unzureichenden Ergänzungen ein. Aber heute gibt es 100% natürliche Alternativen, die gute Ergebnisse bieten, in kurzer Zeit und ohne Nebenwirkungen. Und Bioxtrem Premium Gummis ist derzeit eine der besten Alternativen. Wir alle neigen dazu, Fett in verschiedenen Teilen des Körpers zu speichern, weil unser Stoffwechsel nicht in der Lage ist, alle Kohlenhydrate, die wir verbrauchen, zu verstoffwechseln. Bioxtrem Premium Gummis ermöglicht es Ihnen, schnell in Ketose zu gelangen und alle Körperfett statt Kohlenhydrate zu verlieren. Darüber hinaus kann es Ihre Vitalität und Immunität erhöhen, was die Müdigkeit reduzieren und die Wahrscheinlichkeit erhöhen würde, dass Sie Ihrem Bewegungs- und Diätplan folgen. Diese Ergänzung fördert eine Erhöhung der guten Cholesterin, das ist das gesunde Herz und viele andere zusätzliche Vorteile, zusätzlich zur Versorgung des Körpers mit den Nährstoffen, die es braucht. Zwischen zwei bis drei Monaten Anwendung werden Sie eine große Veränderung bemerken, nicht nur in Ihrem Körper, sondern auch in Ihrer Stimmung. Sie werden spüren, wie Ihr Körperfett schmilzt, auch während Sie schlafen. Die offizielle Website befindet sich in der Beschreibung des Videos und durch den Zugriff darauf haben Sie Zugang zu detaillierteren Informationen. Nur auf der offiziellen Website haben Sie die Möglichkeit, diese Ergänzung sicher und mit einem guten Rabatt zu kaufen. Viele Leute haben große Ergebnisse und kaufen viele Flaschen gleichzeitig. Um die Qualität des Produktes sicherzustellen, wird eine genaue Anzahl von Flaschen produziert. Also, wenn Sie sich entscheiden, diese Ergänzung zu kaufen, sollten Sie schnell handeln, bevor es abläuft. Jetzt, da Sie wissen, dass Bioxtreme Premium Gummies eine zuverlässige Ergänzung ist und Sie wirklich Gewicht verlieren lässt, können Sie auf die offizielle Website zugreifen und die Entscheidung treffen, die Ihr Leben und das Bild, das Sie vor dem Spiegel haben, verändern wird. Vielen Dank. Vielen Dank.